Du kennst wahrscheinlich den kleinen Taschenrechner, der standardmäßig bei Windows dabei ist. Den kann man aufrufen, indem man hier unten zum Beispiel einfach Rechner tippt, dann hier das Suchergebnis anklickt. Und ja, da kann man schöne Sachen mitmachen, so ein einfacher Standard-Taschenrechner. Aber wusstest du, dass der viel mehr kann? Klick dazu oben mal auf dieses Menü und jetzt kannst du zum Beispiel Währungen nehmen. Ich habe jetzt hier Dollar, ich würde natürlich jetzt aber hier Schweizer Franken gegen Euro. Tipp mal 1 Franken ein, das ist 1,02 Euro. Preis ist recht aktuell. Ich kann natürlich auch, was man ja relativ häufig eventuell braucht, Pfund in Kilogramm. Ich habe hier diverse Sachen, also Karat, Tonnen, USA, Unzen und so weiter. Hast du das schon gekannt? Wenn ja, welche Funktion brauchst du am meisten? Ich freue mich über Likes und Kommentare und schaue auch das nächste Video an, was schon angezeigt wird. Vergiss das Abo nicht. Wir sehen uns. Ciao. Kirch nach vorne. Wir sehen uns. Vielen Dank.